. 75 Jahre Sex und Rock und Raute X 27 Semikolon und Raute X 27, Roll, Mick Jagger feiert Geburtstag. Eine Legende feiert. Seit über 50 Jahren steht Mick Jagger, 75, auf der Bühne und begeistert mit seinen Songs und seiner Liebe zur Musik Millionen Menschen. Mit seiner Bante Rolling Stones feiert der Brite seit 1962 internationale Erfolge, tourt mit seinen Kollegen nach wie vor um die Welt, um Hits wie I Can't Get No, Satisfaction und Wildhäuses vor tausenden jubelnden Fans zu performen. Heute feiert seinen 75. Geburtstag und blickt auf aufregende Jahre zurück. Der Musiker ist wohl der Inbegriff eines Lebemannes, der Komponist lässt wirklich nichts anbrennen. Abwechslungsreich sind nämlich nicht nur seine unzähligen Lieder, sondern auch seine Beziehungen. Der 75-Jährige war zweimal verheiratet, hat insgesamt acht Kinder, vier Enkel und einen Urenkel. Zuletzt hatte der Rocker mit einer Liaison mit einer 52 Jahre jüngeren Filmproduzentin für Aufsehen gesorgt, die er nach nur wenigen Wochen aber wieder verließ. Der Grund, seine Ex-Freundin Melanie Hamrick, 31. Mitter hat einen eineinhalb Jahre alten Sohn. Für seine musikalischen Erfolge mit den Stunnes wurde bereits 1989 geehrt und in die berühmte Rockhall auf Farmer aufgenommen. Für seine Song-Rieter-Künste, die er unter anderem auf den 25-Studio-Alben mit seinen Bandkollegen unter Beweis stellt, wurde er von der Musikzeitschrift Rolling Stone außerdem auf Platz 4 der 100 größten Musiker aller Zeiten gewählt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017